Bevor wir nun gleich in die Endrunde gehen, noch ein paar Informationen über Patrick Jans. Das ist eine Maske. Wie lange seid ihr am Drehen? In der Regel geht es von 8, 9 bis 18, 19 Uhr. Dann hast du auch einen langen Tag. Wenn du den ganzen Tag dran bist, dann ist es heftig. Aber ich bin nicht so oft dran. Aber Patrick, mich würde interessieren, ihr müsst ja auch was essen. Habt ihr da ein Catering? Wir haben komplett den ganzen Tag über Catering. Auch beim Außendreh, da haben wir einen Catering-Wagen dabei. Und was ist da angesagt? Unterschiedlich. Es gibt relativ oft Nudeln. Dann gibt es Fleisch natürlich. Hähnchen ab und an dazu. Das ist ein Katering-Wagen. Auch für Vegetarier mal so extra was. Ach was, habt ihr auch Vegetarier dabei? Ja, genau. Und immer Salat ist vorrätig. Und Brot und Nutella und sowas. Sehr gut. Gut, ich habe es hier. Passt das? Jawohl. Aber jetzt die Serie, eine für alle, das ist die erste größere Rolle. Serientechnisch ist es eine große Rolle. Die zweite große Rolle ist hier jetzt. Die ist jetzt hier, genau. Und was hast du so davor schon mal gemacht? Das erste größere war so ein Independent-Film. Der heißt Schlimmer Gives Nimmer. Wurde in Österreich gedreht, in der Steiermark. Da wurde dieses Kürbiskernöl gedreht. Das war eine Hauptrolle, lief auch vor einem Jahr im Kino. Und danach war ich serientechnisch bei der Home is the Home. Läuft auf dem Bayerischen Rundfunk. Ja, das war so eine Nebenrolle. Ging aber nicht weiter, weil ich jetzt hier angefangen habe. War es hier bei uns jetzt in der Küche? Nein. Bei der Serie. Bei der Serie, genau. Und mal gucken. Vielleicht komme ich noch mal, also ich bin noch im Gespräch. Vielleicht komme ich noch mal kurzzeitig für einen Gastauftritt und sage mal Hallo. Das würde mich freuen. Aber gucken wir mal. Aber vorläuft, wie lange jetzt mal die? Erstmal werden wir bis August drehen. Genau. Und dann gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt hier. So, ich muss die Herren schon unterbrechen, damit der Patrick auch wissentlich nach Hause kommt. Ich habe jetzt hier die Pudenbrust quasi angebraten. Und dann habe ich den Rest der Zwiebel dazugegeben. Und du kannst mir jetzt noch ein bisschen Olivenöl darüber machen. Gerade so zwei Esslöffel Schätze. Einfach mal ab, so aus dem Daumen. Schau, der Koch macht immer so. Der macht immer so. Okay. Der macht den Daumen da drauf und dann kann er quasi steuern. Das war als einer, oder? Das war als einer, genau richtig. So, bitte. Gerade am Rand noch über die Zwiebel. Perfekt. Perfekt. Also so kannst du auch mit Essig umgehen. Mit Öl. Und so kann man das ganz genau dosieren. Wieder nass gelangt. Da geht nicht mehr raus. Und jetzt würde ich sagen, getrau dich mal an den Pfeffer. Hier steht der Pfeffer. Hier steht der Pfeffer. Und dann gibst du mal der Pfeffer. Ja prima. Aha. Du sagst mir Stopp nicht, dass es nachher zu viel war. Nein, nein, ich habe das schon im Griff. Hast du das im Auge? Patrick hat so viel Übung, dass er weiß, was wir an Pfeffer vertragen. Gell Patrick? Genau. So ein bisschen noch und dann würde ich sagen. Hervorragend. Ja. So, jetzt haben wir hier auf ganz kleine Hitze geschaltet. Damit die Zwiebeln so al dente werden. Und jetzt haben wir hier noch unsere klein geschnittenen Paprika, äh, Championsstrunk. Den geben wir hier dazu. Und jetzt, Patrick, folgendes. Zum Salat haben wir hier, mh, die riechen gute Champions. Da muss ich mal die Nase davon nehmen. Geh mal richtig ran. Geruchstanz und Geruchsintern haben wir leider nicht. Sehr lecker, sehr lecker. Richtig nach Championsstrunk. Haben wir leider noch nicht. Aber irgendwann wird da auch mal aus dem Fernseher die Gifte strömen. Wir sind ja auch im Internet zu sehen hauptsächlich. Von daher kann das durchaus auch mal vorkommen. Ja, genau. So, man kann es ja konservieren und dann noch aufs Päckchen verschicken. So ein Beispiel. Schau mal. So mit Ruppel, Ruppel, so ähnlich. Wir darfst jetzt gleich weitermachen. Radieschen. Etwas ganz gesundes. Scheiben schneiden. So. 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 Der ist ein bisschen das Glück. Ja, genau. Gleich weg mit. Gleich weg mit. So, jetzt geben wir hier unseren Spargel dazu. Ja. Gibt es was da auch? Ja, 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 ja. Der Spargel hat jetzt eine gute Sache. Und da tut man auch was für die Figur beim Spargel. Und jetzt habe ich hier noch etwas von dem Staudenzellerie. Den werde ich auch noch gleich für mich verbuchen. So. Sieht sehr lecker aus. Und schon wieder. Ja, ja, ja. Nascht nebenbei noch. Das ist das Schlimmste am Kochmann Nascht. Ja, ja. Das ist ja auch gut so. Aber gesundes Naschen. Man muss ja wissen, was man in die Panne gibt. Ja. Und was man anbietet. So. Das läuft bei dir da wie geschmiert. Das läuft wie geschmiert. Wenn sonst alles noch so laufen wird. Dann schütteln wir das mal etwas durcheinander. So. Prima. So. Das hat jetzt die richtige Temperatur. Der Zitri schmeckt doch, gell? Ja, super. Ja, ja. Ich kann dir auch sagen, was das ist. Das ist Apfelsaft, ein Schluck Sekt und irgendwas Brudel. Salud. Zum Wohl. So einfach. Man braucht ja in der Küche belebende Elemente, ne? Und da gehört natürlich so ein Zitri auch dazu. So. Jetzt lass mal schauen, was du hier fabrizierst. Ah ja. Also, man könnte jetzt noch hergehen und könnte hier ein gekochtes Ei reingeben. Ja. Das heißt, kocht das Ei in kleine Würfel geschnitten. Wäre natürlich farblich optimal. Kannst du zu Hause machen, ne? So. Ich hole jetzt mal einen Löffel. Und dann darfst du verkosten. Lecker. Mhm. So. Bitteschön. Probier mal. Ich sag mal gar nichts. Denn es könnte sein, es muss noch Salz rein. Es könnte sein, es muss noch Pfeffer rein. Lass das spielen. Zwischen Gaumen und Zunge spielen lassen. Jetzt kommen die Aromaten. Das ist noch sehr säuerlich. Das ist noch sehr säuerlich für mich. Ja, ja. Das darf auch säuerlich. Okay. Darf ruhig sein, weil es muss sich noch etwas verteilen. Deswegen ist es auch eine Vinaigrette. Aber, wenn du das so sagst, können wir noch eine Prise Zucker dazugeben. So. Und dann rühre das Ganze nochmal durcheinander. So. Damit wir hier keinen Durcheinander kriegen, gebe ich das einmal auf den Teller. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt wird die Kiwi geschält. Aha. Die Kiwi. Ich hätte ja eigentlich Erdbeere vorgehabt. Könnte man natürlich auch, aber ich habe schon sehr viel Rot, sehr viel Buntes. Und eins ist wichtig, Patrick und Frank. Ja? Je mehr Buntes du auf dem Teller hast, je gesünder ist deine Mahlzeit. Das muss man einfach wissen. Also eine farblose Mahlzeit, das kann man eigentlich abhaken. Kannst du einen Harz kicken. Also immer bunt, gerade was Salat und Gemüse betrifft. Je bunter, je vitaminreicher, je besser. Und umso gesünder. Ja natürlich, die moderne Wissenschaft hat ja festgestellt, dass es nicht nur die Vitamine sind, sondern dass es die Farbstoffe sind in den Früchten und in dem Gemüse. So. Jetzt haben wir hier unsere Kiwi geschält. Die hat ja das ganze Jahr Saison. Die Kiwi kriegst ja immer das ganze Jahr über. Da muss ich nicht abstrampeln. Anders ist natürlich bei der Erdbeere. Und bei der Speichel. Der macht auch eine Putenbrust. Das ist dann auch alles ok? Ja ja, die hat den Slowgang drin. Da geht alles seinen tollen Weg. So, Frank komm her. Die Zwiebeln können wir mal umdrehen. Du kannst die Zwiebeln umdrehen. Versuch dich doch mal. Kann ich mir auch ein bisschen nützlich machen. Nützlich, ja. So, jetzt haben wir hier noch unsere Kurschtomaten. Kurschtomaten, Sherrytomaten. Je nachdem. Also man könnte jetzt hergehen und könnte sozusagen mit dem Strunk, ja. So. Die müssen eigentlich nur... Warum mit Strunk? Die sieht halt besser aus. Können sie auch dann so guter vom Teller weg. Machen wir einfach mal. Sind ja biologisch, ist nicht gespritzt. Kein Problem. Gut. Aber du merkst, hier kommen die Aromaten. Das riecht gut. Da geht was, da geht richtig was. Und das ist ja auch dann eine Hauptmahlzeit quasi, ne. So. Ja. Das würde ich doch sagen. Die Kamera soll mal richtig voll in die Pfanne rein. Das ist nämlich ein wunderbares Bild. Die Spargel sind al dente. Die werden jetzt noch ein bisschen mit dem Olivenöl vermischt, ja. Das heißt also, hier entsteht ein richtig schönes Aroma. Ja. 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 Ja.